Hallo liebe Leute, heute werden wir Teigware machen. Ich habe die Knöpfchenmehl genommen und auf 100 Gramm Mehl kommt ein Ei. Das sind meine Eier von meinen Hühnern und auf 8 Kilo Mehl werde ich einfach 10 Eier innen tun und dann vermischen wir das nachher einfach zusammen. Ich habe jetzt auf dem 1 Kilo Mehl 10 Eier aufgeschlagen und dann verrühren wir das einfach schön zusammen. Das ist eine gute glatte Masse. Am Anfang, dass es nicht passt, aber es passt. Ihr werdet es sehen. Einfach 100 Gramm Mehl, ein Ei. Das ist der Trick für den guten Teigwaren, den die Italiener machen. Und einfach gut, gut rühren. Wenn man eine glatte Masse nachher überkommt, dann tun wir das nachher eine halbe Stunde Ruhe lassen in der Fricko. Erst dann könnte man durch Maschine durchlaufen, dass man das einfach richtige Teigwaren bekommt, was man erwähnt. Es ist ziemlich hart und sehen Sie, wie sieht das gelbe aus bei mir. Das ist richtige Hauseier. Nicht aus dem Laden und aus dem Käfig. Natur Bio Eier. Jetzt rühren wir das weiter. Und dann zeige ich das weiter. Wie Sie sehen, jetzt ist das wunderbar schöne gelbe Masse. Wie wenn wir Safran hinein getan haben. Aber das ist nur unsere natürliche Bio Eier. Jetzt lassen wir den Teig eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde Ruhe lassen. Und dann könnten wir nachher der Afen unsere Revialica machen. Ja. So. Jetzt tue ich das mini Spargel für Füllung ein wenig anbrechen. Ich habe grüne. Ganz fein geschnitten. Auf dem Ende machen wir noch ein bisschen Frischkäse. Und eine Mascherfone kann man auch gut tun. Und das ist ja wirklich etwas Feines. Bei mir tut das jetzt. Ich werde das einfach jetzt alles schön schneiden. Dann zeige ich euch weiter wie man das macht. Und was man macht. So. Jetzt habe ich ein bisschen Salz und Fässer. Und das wäre das eigentlich alles, was wir von den Gewürzen machen. Man kann auch Kurkuma gut rein tun. Oder ein bisschen Asiatisch. Aber wir haben wirklich gerne richtigen Spargelgeschmack. Es kommt auch nachher, wenn das alles schön abbrechtelt ist, kommt ihr nachher, wie gesagt, Mascherbohne und Frischkäse. Ich muss schnell noch Holz rein tun. So. Das wird ein feines, feines Essen. Wenn man schon zu Hause bleibt, etwas Feines machen. Muss man nicht immer kaufen. Sondern etwas selber probieren. Ich hoffe, ich freue mich euch an, dass ihr das auch macht. Es ist wirklich nicht schwer. So. Jetzt habe ich ein bisschen Salz und Fässer. Und das wäre das eigentlich alles, was wir von den Gewürzen machen. Wir können auch Kurkuma gut rein tun. Oder ein bisschen Asiatisch. Aber wir haben wirklich gerne richtigen Spargelgeschmack. Es kommt auch nachher, wenn das alles schön abbrechtelt ist, kommt ihr nachher, wie gesagt, Mascherbohne und Frischkäse. Nehmt einfach mal das Essen. So. Ich muss schnell noch Holz rein tun. So. Das wird ein feiner, feiner Essen. Halt das Essen. Wie gesagt, wenn man zu Hause bleibt, etwas Feines machen. Muss man nicht immer kaufen, sondern etwas selbst probieren. Ich hoffe, ich freue mich an, dass ihr das auch macht. Es ist wirklich nicht zu schwer. So. Ich freue mich, dass ihr das auch macht. Jetzt. Was wollte ich noch sagen? Spargel, genau wie die Tomaten oder Gurken, ist fast 90% Wasser. Darum braucht ihr für Dünste einfach nicht Wasser. Ihr müsst einfach nur einen Deckel drauf tun und es tut sich selbst nach der Dünste. Hin und da ein bisschen so rühren. Und das ist ja das. Die Spargel sind jetzt kalt geworden. Jetzt drücke ich sie einfach nur so zusammen. Dass man sie nachher besser durch den im Sack spriten. Die Ravioli. Das sieht ganz gut so aus. Hier habe ich bereit die Philadelphia, den Frischkäse, wo ich auch noch eine rein tue. Und das tue ich das noch eben zusammen alles vermischen. Ja, jetzt wenn ich ein bisschen fehlert mache, brauche ich schnell noch ein bisschen von Mascarpone. Und von dem tue ich das auch noch rein tue. Und dann tue man auch den Geschmack probieren. Also, man kann wirklich immer nach Geschmack von sich selber eingehen. Ich tue das jetzt einfach so zwei Leiterli. Und eine habe ich von Philadelphia. Jetzt tun wir das alles zusammen. Verrühren. und dann geht das nachher in eine schöne Spritzsack. Wenn man das tut, alles auffüllen unsere selber gemachte Ravioli. Das bekommt ihr schon eine feine Masse. Jetzt können wir probieren. Probieren nur ein bisschen zum ungefähr sehen. Schatz, ich werde es probieren. Nur ein bisschen. Fällt dir etwas? Ich werde nur ein bisschen pikanter Salz. Das meinst du? Das meinst du? Das meinst du? Ja, aber ich werde noch ein bisschen pfeffer, damit es etwas pikanter ist. und nur wirklich wenig Salz. Fettig. So, das ist unsere Füllung. Jetzt gehen wir weiter schauen, was haben wir dort vorbereitet. Sieht doch geil aus, oder? Also. Jetzt gehen wir auf andere Baustelle. Hier haben wir unsere wunderschöne Teigbrat. Hier ist eine Maschine. Mit welcher wir sie machen? Und das ist von der Betty Bossi Ravioli. Wie wir das alles machen, zeigen wir euch die interessantesten zeigen. So, wie es ich und meine Mann in die Coronakrise bleibt zuhause sind wir schön brav an den Ravioli selber machen. Jetzt sind wir ein paar haben wir gemacht. Die sind eigentlich gar nicht schlecht aus. Und es ist nicht einfach, aber es ist auch gar nicht kompliziert gross. Schaut mal, wie sieht das alles aus? Ich habe nie geträumt, dass mein Mann einiges Mal wird er Ravioli machen in seinem Leben. Weisst du, dann musst du mir ein Messer geben. Dein? Oder andere? Weisst du, dann kann man es immer abschneiden. Aha, ok. Warte, schnell. Ja gut, geht auch. Gut. So ist es doch einfach. Das sieht doch fein aus. Schätz. Hm? Es wird die Mutter Freude haben, wenn sie sie sieht, dass wir ihre Geräte brauchen. Ja. Ja. Haben wir keine Paste mehr? Nein. Noch viel. Ich tue das auch viel. Einmal. Haben wir schon. Jetzt müssen wir noch die Decke machen. Ja, jetzt nehmen wir noch die Decke. Miteinander. Ich muss schauen, ob ihr uns seht. Jawohl. so. So. Hey. Jetzt kommt es weg. Wir halten es noch ein wenig. Muss noch ein wenig. Ja, jetzt müssen wir es kriegen. Genau. Ja, das ist gut. Einfach nur nicht. Ja, genau, so. Ja, das ist einfach mit Pläsir. Mit Pläsir. Ja, ja. Wir haben doch Zeit. So. Jetzt musst du... Nein, malen wir noch nicht. Die anderen hast du gemält. So, jetzt kommt über die Empfehlung noch die zweite Reihe. Und wenn ich mal ganz schön mache. Und jetzt kommt es einfach schön, Gib Smiley. Hehehe. Ja. Aber das ist ein ganz gutes Gerät von Betty Bossi, muss ich schon sagen. Meine Schwiegermutter hat ihr das Eis geschenkt. Und das ist ja wirklich etwas von ganz Feinem. Und jetzt tun wir das einfach schön, wie der mein Mann es gut macht. Ausstechen. Und auf Ende haben wir solche Ravioli. Wow. Das ist ganz besser. Das geht ganz geil aus. Also wirklich. Ja. Ja, perfekt. Ja. Ja. Und jetzt sehen die das so aus. Look mal. Nein, wir hätten ein Fein jetzt noch. Also heute. Hehehe. Also viele, wir haben heute gemacht mit Frischkäse und Spargel. Ihr könnt ihr mit allerlei genauso gleich machen. Mit vielen, was ihr wollt. Und. Ihr könnt ihr das auch vormachen und einfrieren. Damit ihr nicht in die Ladene gehen und enormen Teigwaren kaufen. Kann man sie auch selber machen. Kann man das nicht. Oder? Hehehe. Ja. Jetzt muss ich ein wenig Mehl. E-Mail. Damit ihr es nicht klebt. Das ist schnell. E-Mail. Damit ihr es nicht klebt. Miteinander. So. Weisch. Schau mal. Und so kann ich sie nachher auch wirklich in die Plastik und in die Tiefräger. wenn man mag nicht so essen. Und wir haben heute etwas vor. Wir haben noch vier Bällchen. Also können wir für ganz eine Woche Ravioli machen. Hehehe. Also. Unterdessen. So. Langsam sieht unsere Tische wie in der Bäckerei aus. Jetzt zeigen wir euch auch, was wir nachgemacht haben. Einmal. diesen kleinen Teller. den wir hier auch in unserer Lust haben. Um zu trocken. Und jetzt zeigen wir euch wie machen wir das. Also. Es ist wirklich etwas, was wir gemeinsam machen müssen. So Schätzi. Zeigen wir. Also. Einer muss immer halten. Einer muss immer drehen. Einer muss immer drehen. Hehehe. Hehehe. Schätze. Hm? Du musst doch nicht daran stehen an der Kante. So. Jetzt ist es besser. Hm? Es ist besser. Wir haben uns zu separieren. Und was Kartei. diese Teigwaren. Aber das ist jetzt das ist jetzt unsere Teigwaren. Jetzt muss ich die schön aufhängen. Und da muss ich etwas trocken lassen. Also. Heute haben wir wirklich viel gemacht. Das machen wir in Lager für die Suppe von den restlichen Sachen, die uns geblieben sind. Das ist unser Ravioli. Ja, haben wir noch ein bisschen Teig, wenn wir noch etwas machen sollten. Tun wir mal schauen. So ich euch informiere. Gell, Schatzi? Mhm. Aber schon geile Sachen, gell? Oh. So, Tipp. So, ich habe jetzt die frische Ravioli aus dem Wasser rausgenommen. Jetzt gehen wir die in die schwarze Butter. So, dazu habe ich noch eine grüne Salon mit dem Scherz der Matze gemacht. Und das wird unsere Feines nachessen. Wenn wir servieren, über den Ravioli, kommt dann noch die geriebenen Tarmosen. Das ist eben die braune Butter mit dem Nitzel bei. Ich werde das gar nicht jetzt gross, weil in das Salzwasser habe ich gekocht. Und hätte auch noch eben den Käse dazu. Und dann werden wir das einfach jetzt so schön im Teller servieren. Und sehen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Und wir sehen uns wieder bald. Tschüss. So, im kochenden Salzwasser habe ich jetzt meine Ravioli ein paar Minuten drin. Und auf Seite habe ich braune Butter gemacht mit dem Salbei. Also Butter mit Salbinen ist eine wunderbare Ergänzung. Sobald die fertig sind und alle schön hochkommen. Dann schöpfe ich sie Wasser ausschöpfen. Und dann schöpfe ich sie innen noch einmal an. Und dann zeige ich euch wie sieht er jetzt nachtessen aus. Ja. Und dann schöpfe ich sie hin und schöpfe,... Ich träume das jetzt nur machen. Also, k escolhem die kleinen Gü basta. Und dann noch Nevada, die Underwaterentale kann sehen. Und dann im thing unsere Werzy